Jetzt geht es los mit dem Video viel Spaß! Wir sind da, beim Lizard! Juhu! Wie toll! Ja, das ist bestimmt super schön dort. Ich freue mich! Ja, das wird toll! Polly und Lukas, ihr dürft gleich im Kinderwagen sitzen. Für euch ist die Wanderung zu lang. Danke, Mama! Kinder, steigt aus! Dann laufen wir los! Kommt, wir wandern! Ja, wir kommen! Mama, schau mal! Da ist eine Katze! Wie süß! Kaffee! Bobby, das war ja dein erstes Wort! Super! Kaffee! Super, Bobby! Ich bin ja so stolz auf dich! Das haben wir beim Wandern gesehen! Bis zum nächsten Mal! 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 Das waren die Fotos von unserer Wanderung. Ich hoffe, sie haben euch gefallen! Ich fand das Wandern super. Schatz, das fand ich auch, das war ein sehr schöner Tag. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen, das war ein schöner Tag, oder? Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns ein Abo da. Tschüss.